Hallo und herzlich willkommen bei 10xTrading, dein Kanal rund ums Thema Charttechnik. Im heutigen Video gehen wir auf den vermutlich größten Skandal der Krypto-Geschichte ein. Die Foren sind derzeit voll davon, jeder spricht nur noch über ein Thema, Luna. Wir schauen uns den Chart an und gehen vor allen Dingen drauf ein, was nach dem großen Crash passiert ist und danach gibt es eine detaillierte Auskunft und Analyse zur Coinbase-Aktie. Wir kommen zum vermutlich größten Skandal der Krypto-Geschichte, eventuell auch der gesamten Finanzgeschichte, je nachdem, was jetzt hier noch alles ans Tageslicht kommt. Ich werde dann auch zu dem gesamten Sachverhalt ein Video machen an gesonderter Stelle, einfach wenn ein paar mehr Details wirklich noch ans Tageslicht kommen, dass man nicht so sehr mutmaßen muss. Das finde ich immer nicht gut, wenn man zu viel mutmaßt, aber sobald hier wirklich sich gewisse Gerüchte noch mehr verhärten, möchte ich auf jeden Fall mich auch dazu äußern, was hier offensichtlich passiert ist. Aktuell schauen wir uns jetzt hier wirklich rein mal den Chart an, was passiert ist, seitdem Luna hier fast auf Null runtergeprügelt wurde bzw. abverkauft wurde. Und wir sehen hier den Zeitverlauf seit dem 13. Mai um circa 3.45 Uhr. Hier beginnt auch dieser Preisspannenbereich, der hier abgemessen ist. Denn hier unten wurden in 10 Minuten circa eine Trillion an Luna Coins gekauft. Das heißt, es waren hier um 3.45 Uhr 500 Milliarden Stück und hier um 3.50 Uhr waren es nochmal circa 500 Milliarden Stück, die hier unten aufgetankt wurden. Und dann ist die Reise sozusagen gestartet. Und Luna ist innerhalb von 24, das sind hier diese vertikalen gestrichelten Linien, 24 Stunden und dann nochmal circa 12 Stunden innerhalb 36 Stunden um 53.000 Prozent gestiegen. Das heißt, wer auch immer da unten am Tief aufgeladen hat, konnte aus einem Dollar innerhalb von 36 Stunden 530 Dollar machen, einen 530-Facher innerhalb von eineinhalb Tagen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr von einem Fall wisst, wo innerhalb von kürzerer Zeit eine höhere Rendite erwirtschaftet wurde in der Finanzgeschichte. Ich bezweifle, dass es da einen Fall gab. Das wollte ich dazu sagen. Also es ist hier wirklich extrem, was hier gelaufen ist. Absoluter Finanzskandal. Es ist wirklich die Frage, ob das jemals wirklich aufgeklärt wird oder wer da wirklich im Endeffekt drahtzieherisch dahinter steckt. Also dass das hier ein geplantes Ding war, glaube ich, lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass man sagt, das hier war organisiert die Geschichte, dass man hier wirklich innerhalb von einem guten Tag die vermutlich höchste Rendite der Finanzgeschichte rausgeholt hat. Aktuell möchte ich mich jetzt noch dazu äußern, weil ich in Foren jetzt immer wieder lese, die Foren sind ja aktuell voll von dem Thema, jetzt Luna kaufen oder Luna wieder zu 100 Euro oder 100 Dollar oder auch nur ein Dollar. Und da möchte ich ganz klar davor warnen. Es wurden extrem viele neue Luna-Coins gemintet, das heißt neu erschaffen. Dieser Coin ist absolut verwässert. Das heißt, diese 100 Dollar, die man da mal im Kopf hat, die sind nicht im Ansatz mehr realistisch, weil es dazu einfach aktuell auf diesem aktuellen Niveau viel zu viele Luna-Coins gibt. Das heißt, jeder, der hier zu träumen anfängt, dass man hier jetzt noch easy sein Geld vertausendfachen kann, absoluter Schwachsinn. Das muss man auch wirklich jedem so deutlich sagen. Ich habe gestern mal geschaut, Luna hat jetzt aktuell wieder eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, obwohl man noch nicht mal weiß, ob dieses Projekt überhaupt bleiben wird oder ob das jetzt hier wirklich auch noch der zweite Teil dieses Riesenfinanzskandals war und das Ding wieder auf Null geht, hat Luna bereits wieder 2,5 Milliarden Marktkapitalisierung. Auf aktuellem Niveau vielleicht noch so 1,8 Milliarden. Am Top hatte Luna, soweit ich weiß, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es nicht richtig ist, um die 50 Milliarden Market Cap. Das heißt, wenn überhaupt, kann man jetzt hier aus jedem Euro, den man einsetzt, sein Geld noch verdreißigfachen. Das klingt auch schon mal nicht schlecht, aber du hast hier ein massives Risiko eines Totalverlusts meiner Meinung nach, weil immer noch nicht klar ist, was im Endeffekt mit Luna passieren wird und vor allen Dingen, wie es hier grundsätzlich weitergeht. Das heißt, wenn überhaupt, wenn man sozusagen in diesem Lotterieticket hier noch mitspielen will, dann würde ich hier wirklich, wenn überhaupt, Geld reinstecken, wo man einfach drüber lachen kann, nur, dass man sozusagen in diesem Meme mit dabei ist, aber hier ist substanzielles Geld investieren auf gar keinen Fall. Das macht wirklich keinerlei Sinn, weil dazu einfach für das sehr, sehr wahrscheinliche Risiko eines Totalverlusts die Upside viel zu klein ist. Da gibt es andere Alt- und S-Coins, die jetzt auch extrem an Wert verloren haben, wirkliche Alt- und S-Coins, die natürlich auch verschwinden können, aber die jetzt nicht so skandalbehaftet sind, die teilweise auch 99 Prozent an Wert verloren haben. Wenn dich das interessiert, schreib mir das mal in die Kommentare, dann kann ich mal wirklich ein eigenes Video machen, welche Alt- und S-Coins ich derzeit wirklich spannend finde. Ich denke, zu Luna ist hier an der Stelle alles gesagt. Wer hier aktuell dabei ist oder wer hier in diesem Bereich wirklich wach war in der Nacht und sich hier positioniert hat oder sich am nächsten Tag dann an ein Herz gefasst hat, herzlichen Glückwunsch. Ich denke, ihr könnt immer eine super Rendite einfahren. Jetzt hier auf aktuellem Niveau hinterher springen. Ich werde jetzt hier auf dem Kanal von mir dafür definitiv keine Empfehlung bekommen, absolut nicht. Im Gegenteil, ich bitte wirklich jeden für diesen Menschen oder für die Organisation, die sich hier unten eingekauft hat, werdet hier oben bitte nicht zum Backholder. Das heißt, lasst euch hier oben jetzt keine Luna-Coins verkaufen für ein Hundertfaches vom Preis, was sie hier unten waren, wo wir nicht mal wirklich offiziell wissen, ob der Coin wirklich bleiben wird. Das möchte ich dazu sagen. Ein Video über die gesamte Geschichte und den Verlauf wird demnächst kommen, wenn ich noch ein paar mehr offizielle Daten dazu habe. Bevor wir jetzt zur Coinbase-Analyse kommen, lass dem Video direkt mal ein Like da und abonniere auch den Kanal. Dann bist du in dieser entscheidenden Marktphase jetzt immer auf dem Laufenden. Wir sehen hier den gesamten Verlauf von Coinbase seit dem IPO am 14. April 2021. Und wir sehen hier, dass die Aktie insgesamt um 91 Prozent an Wert verloren hat, seitdem es wirklich ein extremer Abverkauf passiert bei Coinbase. Mittlerweile handeln wir Coinbase auf aktuellem Niveau auch nur noch bei einem KGV von 5. Es ist wirklich der Hammer, wie diese Aktie abverkauft wurde. Wir kommen auch hier gleich auf diesen wichtigen Trendkanal zu sprechen. Den schauen wir uns auch gleich im Detail an. Davor ist ja die Aktie relativ spektakulär oder unspektakulär seitwärts gegangen. So zwischen 300 und 200 Dollar hatten dann hier nochmal einen Top bei 370. Und seitdem sind wir jetzt in diesem wichtigen Abwärtskanal, den wir uns gleich im Detail anschauen werden. Ich möchte hier in der Gesamtansicht nur mal auf eins hinweisen. Und zwar sehen wir hier rechts das sogenannte Volumenprofil. Das heißt, hier unten haben wir die täglichen Volumenbalken. Da können wir sehen, wie viele Aktien jeden Tag gehandelt wurden. Aber der rechts zeigt uns an, in diesem ausgewählten Zeitraum, also jetzt hier in dem Fall der gesamte Aktienverlauf, auf welchen Preislevels die meisten Aktien gehandelt wurden. Und da sehen wir hier ganz klar den Bereich zwischen 260 bis 220 stark dominierend. Das ist auch der Bereich, wo die Aktie hier wirklich monatelang seitwärts gegangen ist. Das heißt, es ist wenig überraschend, dass hier insgesamt auch das meiste Volumen gehandelt wurde. Aber auf was ich hier hinaus will, ist, wie unfassbar viel Volumen hier unten in der Aktie drin war. In den zwei Tagen, wo wir hier unterhalb dieses Trendkanals gehandelt haben. Das heißt, für mich ist hier durchaus das sehr, sehr relevant, dass hier unten auf diesem Tief von 40 Dollar an diesem Tag am 12. Mai, müsste das gewesen sein, genau wirklich extrem viel Handelsvolumen drin war. Das stimmt mich durchaus ein bisschen optimistisch für die Aktie, dass sie hier unten jetzt wirklich einen signifikanten zwischenzeitlichen Boden gefunden hat. Welches Kursziel bzw. welchen Verlauf ich mir jetzt aktuell vorstellen kann, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Aber darauf wollte ich jetzt mal hier in dieser Gesamtübersicht eingehen, dass wir hier wirklich 91% abverkauft haben bei Coinbase. Und vor allen Dingen hier unten in dem Bereich, als wir wirklich dieses Kapitulationstief hier gesehen hatten, dass hier wirklich extrem viel Volumen drin war. Hier sehen wir jetzt diesen eben angesprochenen Trendkanal in der Detailansicht. Das heißt, wir haben jetzt hier nur noch den Ausschnitt, wo dieser Trendkanal begonnen hat. Das war im November 2021 und dann sehen wir, dass wir auch innerhalb dieses Trendkanals diese 90 bzw. knapp 90% verloren haben. Das heißt, die Aktie hat jetzt wirklich innerhalb der letzten sechs Monate 90% ihres Werts verloren. Also es ist unglaublich abverkauft worden. Und auch hier sehen wir dieses Volumenprofil, was jetzt wirklich hier unten in den drei Handelstagen, wo wir jetzt hier in dem Bereich sind, unter 80 Dollar, sehen wir, dass wir hier in diesem gesamten Trendkanal, obwohl die Aktie hier auch durchaus hin und wieder mal seitwärts gegangen ist, haben wir hier unten das stärkste relative Volumen. Also der Markt hat hier wirklich deutlich drauf geschaut und hat hier wirklich beschlossen, in der Breite diesen Preis von 40 Dollar zu kaufen. Wie würde ich jetzt hier vorgehen bei der Coinbase-Aktie oder was könnten wir tun, wer hier einsteigen will? Also grundsätzlich gesehen sind wir jetzt hier seit dem Tief, das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir jetzt hier seit dem Tief schon bis zum Hoch 85% gestiegen sind und aufs aktuelle Niveau sind wir bei 66% im Plus. Das heißt, die Leute, die hier wirklich den Boden gekauft haben, sitzen jetzt schon wieder auf Gewinnen von 50 bis 80%. Und da kann man in der Regel davon ausgehen, dass solche Gewinne dann auch noch mal kurzfristig realisiert werden. Das heißt jetzt nicht, dass diese erste Rallye hier sofort vorbei sein muss. Im Gegenteil, wenn wir hier mal das Fibonacci nehmen von dem Zwischenhoch und hier aufs Tief runtergehen, dann sehen wir, dass wir jetzt gerade mal beim 38er Betracement angekommen sind. Das waren so diese 75 Dollar. Ich sage jetzt mal, diese erste Welle der Erholungsbewegung, die kann gut und gerne auch hier oben bis aufs 61er hochgehen. Das wären dann so circa 97 Dollar. Das wäre dann auch gut ein Verdoppler, sage ich jetzt mal hier vom Boden. Das ist dann schon durchaus eine sportliche Rendite. Und in der Regel kommen diese Aktien dann aber auch noch mal zurück, weil der Markt natürlich hier unten wissen will, war das jetzt hier unten Support oder war das wirklich nur ein Kaufinteresse aufgrund dieser Verzweiflung, die im Markt war, dass halt manche gesagt haben, komm, buy the dip und ich kaufe mir jetzt hier diese 40 Dollar. Also in der Regel, das ist natürlich keine Garantie. Und natürlich könnte einem die Aktie jetzt hier auch v-förmig davonlaufen. Das kann ich nicht ausschließen. Aber in der Regel holt sich der Markt bei solchen extremen Bewegungen durchaus noch mal eine Bestätigung ab. Wir haben hier auch einen Kursgap vom 12. Mai bis zum 13. Mai. Das ist hier praktisch im Bereich zwischen 60 und 70 Dollar. Da ist die Aktie durchaus hochgesprungen. Das heißt, diese erste Erholungsbewegung kann jetzt hier durchaus noch mal hochgehen. Hier kommt dann auch die 20-Tageslinie. Die könnten wir dann im Rahmen dieser Erholungsbewegung noch berühren. Aber grundsätzlich wäre es charttechnisch schon auch wirklich hübsch, wenn sich die Aktie dann hier im doppelten Boden noch mal suchen würde, meinetwegen noch mal auf 50 Dollar zurückkommt, um einfach hier diesen Trendkanal einfach noch mal zu berühren, der ja hier wirklich vor allen Dingen an der Unterseite sehr, sehr interessante Berührungspunkte hat. Wir sind hier kurz durchgebrochen, haben uns wieder hochgekauft, haben aber auch hier ein paar Tage später noch mal einen Doppelboden gebildet. Also man sieht grundsätzlich, ich zeichne das hier mal ein, weil das hier wirklich sehr signifikant ist. Wir sehen auch, dass wir hier im Februar uns erst noch mal einen Doppelboden gesucht haben, bis die Aktie dann gestiegen ist und dann sogar hier eigentlich noch mal runtergekommen ist auf den Trendkanal, bevor wir dann wirklich mal zur Oberseite des Trendkanals gelaufen sind. Das heißt, ich würde jetzt hier in FOMO nicht hinterher springen, weil auch, wenn man das auf dem Gesamtschart kaum sieht, was hier passiert ist, die Steigbewegung, es sind durchaus circa 50 Prozent Downside, 30 bis 50 Prozent Downside, je nachdem, wo wir diesen Doppelboden bekommen würden. Insofern ist jetzt hier eigentlich kaum der Zeitpunkt, um FOMO-artig hinterher zu springen. Aber grundsätzlich ist Coinbase mit KGV 5 und in einem interessanten Bereich wie Krypto als Börse natürlich sehr, sehr interessant und sollte von uns auf jeden Fall auch auf der Watchlist sein. Wer hier wirklich jetzt unbedingt reinspringen möchte, der sollte hier allerhöchstens 20 Prozent seiner späteren Position in Coinbase reinlegen. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, ich möchte hier insgesamt 5.000 investieren in der nächsten Zeit, dann würde ich jetzt maximal 1.000 reinlegen als langfristige Position und hier dann wirklich sukzessive, wenn wir dann diese Bewegung bekommen, die Position weiter ausbauen und vor allen Dingen dann in diese potenzielle Schwäche hinein weiterkaufen, bis wir dann hier dieses Doppelbodenszenario ausbilden. Grundsätzlich darf man hier nicht ignorieren, dass wir in einem übergeordneten Abwärtstrend sind. Das ist aktuell auch so, auch wenn jetzt hier diese Euphorie letzte Woche am Ende der Woche noch so groß war. Im Endeffekt sind wir nach wie vor im Abwärtstrend. Es gibt durchaus Zeichen, dass wir in gewissen Bereichen eine Bodenbildung jetzt begonnen haben, aber so eine Bodenbildung dauert in der Regel auf jeden Fall und vor allen Dingen nach so extremen Abverkäufen, wie wir sie aktuell gesehen haben. Also meiner Meinung nach hier kein Grund für FOMO. Wer unbedingt will, kann hier eine allererste kleine Position aufbauen, aber für die wirklich, für den großen Trade oder für das große Investment sollte man sich hier meiner Meinung nach eine Doppelbodenbildung abwarten. Das war es mit dem heutigen Video. Zuerst möchte ich mich wirklich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Wir haben es geschafft, in nicht mal drei Monaten, in denen dieser Kanal besteht, über die 500 Abonnenten zu kommen. Das hätte ich nie gedacht. Vielen Dank für euren Support und ihr könnt euch definitiv weiter auf tägliche Videos freuen. Und jetzt schreib mir bitte in die Kommentare, was denkst du, wer steckt hinter diesem großen Skandal rund um Luna oder gehst du davon aus, dass es wirklich nur ein Zufall war? Schreib es mir in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Ich bedanke mich wie immer für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.